Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren YouTube-Video von mir. Bei mir auf dem Kanal Richtige Wahl seht ihr immer die neuesten Vergleiche. Heute stelle ich euch die 7 besten Akku-Staubsauger vor und wie ihr es von mir gewohnt seid, erläutere ich euch immer die Vor- und Nachteile der einzelnen Staubsauger. Also seid gespannt! Jeder Akku-Staubsauger ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ach ja, und bevor ich es vergesse, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Aktiviert doch auch gerne die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ich neue Videos hochlade. In den letzten Jahren haben Akku-Staubsauger einen regelrechten Boom erlebt. Immer mehr Verbraucher entscheiden sich für die kabellosen Geräte, die mit einem leistungsstarken Akku betrieben werden. Doch was macht Akku-Staubsauger so beliebt und worauf sollten sie beim Kauf achten? Den Anfang unseres Tests macht der VistaFly V15 Staubsauger. Er ist ein kabelloser Handstaubsauger, der für die schnelle Reinigung von Böden, Möbeln, Teppichen und anderen Oberflächen geeignet ist. Mit einem leistungsstarken 150 Watt Motor und einem austauschbaren Lithium-Ionen-Akku kann der Staubsauger eine starke Saugleistung von bis zu 32.000 Pascal bieten und eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten bieten. Der Staubsauger hat ein schlankes Design und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Kunststoff und ist robust und langlebig. Er verfügt über verschiedene Düsen und Bürsten, die für die Reinigung von verschiedenen Oberflächen wie Teppichen, Hartholzböden, Polstermöbeln und anderen Stoffen geeignet sind. Darüber hinaus ist der Staubbehälter leicht zu entleeren und zu reinigen. Ein weiterer Vorteil des Vistafly V15 Staubsaugers ist seine kabellose Konstruktion. Der Staubsauger kann problemlos in verschiedenen Räumen und auf verschiedenen Oberflächen verwendet werden, ohne dass ein Kabel im Weg ist. Der austauschbare Akku bietet eine lange Laufzeit und kann bei Bedarf leicht ausgetauscht werden. Ein weiterer leistungsstarker Akku-Staubsauger ist der Akitas V8. Der Staubsauger verfügt über drei verschiedene Reinigungsmodi, die je nach Bedarf eingestellt werden können. Der normale Modus ist ideal für die tägliche Reinigung, während der hohe Modus für hartnäckigen Schmutz und tiefsitzenden Staub verwendet werden kann. Der Max-Modus ist besonders leistungsstark und eignet sich für die Reinigung von Teppichen und anderen schwer zu reinigen Oberflächen. Der Akitas V8 ist auch sehr benutzerfreundlich. Der Staubsauger ist einfach zu montieren und zu verwenden. Das leichte Design und der ergonomische Griff machen es einfach, den Staubsauger zu halten und zu bewegen. Der Staubbehälter ist einfach zu entleeren und zu reinigen. Es gibt verschiedene Düsen und Bürsten, die für die Reinigung von verschiedenen Oberflächen und Ecken geeignet sind. Darüber hinaus wird der Staubsauger mit einem Wandhalter geliefert, sodass er einfach aufbewahrt und aufgeladen werden kann. Der Lublulu Staubsauger ist ein kabelloser Staubsauger, der eine gute Wahl für diejenigen ist, die eine effektive Reinigungslösung benötigen. Er verfügt über einen leistungsstarken 250 Watt Motor, der eine maximale Saugkraft von 22.000 Pascal bietet. Diese hohe Saugkraft ermöglicht es dem Staubsauger, Schmutz, Staub und Tierhaare von Teppichen, Hartböden und anderen Oberflächen effektiv zu entfernen. Der Lublulu Staubsauger wird mit zwei austauschbaren Lithium-Ionen-Akkus geliefert, die eine lange Laufzeit von bis zu 45 Minuten ermöglichen. Diese lange Laufzeit ist ideal für die Reinigung von großen Flächen und Räumen, ohne dass der Akku während des Reinigungsvorgangs leer wird. Der Akku kann auch schnell und einfach ausgetauscht werden, sodass der Staubsauger immer einsatzbereit ist. Der Lublulu Staubsauger ist leicht und einfach zu manövrieren. Der Staubsauger wiegt nur 1,5 Kilogramm, was ihn ideal für die Reinigung von höheren Bereichen wie Decken und Vorhängen macht. Der ergonomische Griff sorgt für einen bequemen Griff während des Reinigungsvorgangs, sodass der Staubsauger einfach zu halten und zu bewegen ist. Der Staubbehälter ist einfach zu entleeren und zu reinigen, sodass der Staubsauger immer einsatzbereit ist. Die Filter können auch leicht gereinigt und ausgetauscht werden, um sicherzustellen, dass der Staubsauger immer eine optimale Saugleistung bietet. Ein weiterer sehr effizienter Staubsauger ist der Hornetour. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 40 Minuten kann der Hornetour Staubsauger ihr gesamtes Haus reinigen, ohne dass der Akku zur Mitte des Reinigungsprozesses leer wird. Darüber hinaus kann der Akku in nur 4 Stunden vollständig aufgeladen werden, was bedeutet, dass der Staubsauger immer bereit für den nächsten Einsatz ist. Weitere wichtige Merkmale des Hornetour Staubsaugers sind seine bequeme Handhabung und einfache Bedienung. Das leichte und ergonomische Design des Staubsaugers sorgt dafür, dass er bequem in der Hand liegt und leicht zu manövrieren ist. Das geringe Gewicht des Staubsaugers macht es einfach, ihn von Raum zu Raum zu transportieren, ohne sich dabei die Arme oder den Rücken zu belasten. Die verschiedenen Reinigungsmodi sind über leicht zugängliche Knöpfe am Handgriff des Staubsaugers einstellbar. So können Sie schnell und einfach zwischen den verschiedenen Reinigungsmodi wechseln, je nachdem welche Reinigungsaufgabe gerade ansteht. Der Staubsauger verfügt über einen abwaschbaren Filter, der einfach unter fließendem Wasser gereinigt werden kann. Dies reduziert nicht nur den Wartungsaufwand, sondern sorgt auch dafür, dass der Staubsauger immer mit maximaler Saugkraft arbeitet. Der Bruture VC10 ist ein weiterer funktionaler Akkuschaubsauger und hat einige tolle Features, die den vorherigen Staubsauger noch nicht hatten. Eine dieser Funktionen ist der abnehmbare Akku, der es Ihnen ermöglicht, den Akku einfach auszutauschen, wenn er am Ende seiner Lebensdauer angekommen ist. Auf diese Weise müssen Sie nicht den gesamten Staubsauger austauschen, sondern nur den Akku. Ein weiteres Merkmal des VC10 ist seine Wandhalterung, die es Ihnen ermöglicht, den Staubsauger bequem aufzubewahren und aufzuladen. Die Wandhalterung kann einfach an der Wand montiert werden, sodass der Staubsauger immer griffbereit ist, wenn Sie ihn brauchen. Er verfügt auch über ein leises Betriebsgeräusch, das Ihnen ein angenehmeres Reinigungserlebnis bietet. Mit einem Geräuschpegel von nur 68 Dezibel stört er nicht die Ruhe in Ihrem Zuhause. Darüber hinaus ist der VC10 mit verschiedenen Zubehörteilen ausgestattet, die Ihnen helfen, verschiedene Reinigungsaufgaben effektiv zu bewältigen. Zum Beispiel gibt es eine motorisierte Bodendüse für Teppiche und Hartböden, eine Fugendüse für Ecken und Kanten und eine Polsterdüse für Möbel und Polster. Der Orfeld Staubsauger ist ein kabelloser Staubsauger, der eine starke Saugleistung an eine lange Akkulaufzeit bietet. Er eignet sich sowohl für die tägliche Reinigung als auch für die gründliche Reinigung von Teppichen, Hartböden und anderen Oberflächen. Ein weiteres Merkmal des Orfeld-Staubsaugers ist seine vierstufige Filtration, die 99,99% der Partikel und Allergene aufnimmt. Das ist besonders wichtig für Menschen mit Allergien oder Haustieren, da der Staubsauger dazu beiträgt, allergische Reaktionen und Asthmaanfälle zu reduzieren. Zusätzlich verfügt über ein praktisches LED-Display, das Ihnen wichtige Informationen wie den Akkustand und den Filterstatus anzeigt. Dies erleichtert Ihnen die Überwachung des Geräts und gibt Ihnen frühzeitig Hinweise, wenn es Zeit für Wartung oder Reinigung ist. Ein weiterer Pluspunkt des Orfeld-Staubsaugers ist seine Flexibilität. Er ist mit einem ausziehbaren Stil ausgestattet, der Ihnen die Möglichkeit gibt, ihn in verschiedene Positionen zu verwenden. So können Sie den Staubsauger beispielsweise als Handstaubsauger verwenden, um schwer zugängliche Bereiche zu reinigen. Oder ihn als Stabstaubsauger einzusetzen, um größere Oberflächen zu reinigen. Der letzte Akkustaubsauger in unserem Test ist der Fabuletter. Mit einer Laufzeit von bis zu 35 Minuten im Standardmodus und 18 Minuten im Max-Modus kann der Fabuletter längere Reinigungsarbeiten bewältigen. Die Ladezeit beträgt nur 3,5 Stunden, sodass der Staubsauger schnell wieder einsatzbereit ist. Auch in puncto Hygiene kann der Fabuletter punkten. Der Staubbehälter lässt sich einfach und hygienisch entleeren und der waschbare Filter verhindert eine Ansammlung von Staub und Allergien. Dies ist besonders wichtig für Allergiker, die auf eine saubere und hygienische Umgebung angewiesen sind. Das war's mit dem Test der besten Akku-Staubsauger. Wenn ich euch überzeugen konnte, einen der Staubsauger zu kaufen, dann klickt gerne auf den Link unter der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen und ich bin auch auf eure Kommentare gespannt. Schreibt doch gerne eure Meinung dazu. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, aktiviert gerne die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.